Der Dschungel ist so was wie meine zweite Heimat. So etwas habe ich noch nicht mitgemacht. In 16 Jahren Journalismus niemals. Ich rede von der Entdeckung einer neuen Spezies. Ein Tier von dem man nicht glaubte, dass es existiert. Es existiert? Das ist ein Knüller. Du wirst ein Lügner. Ich bin kein verfluchter Lügner. Können Sie ein Tier imitieren? Als Signal, falls wir getrennt werden. Na also. Eine Ente im Dschungel? Soll das ein Witz sein? Was ist das? Das liegt gerade los. Folgt ihnen wieder ein. Was genau haben Sie mit den Masopilami vor? Es fangen, damit es für mich Orchideen sammelt. Für mein Serum. Sehr erfreut, Mademoiselle. Ich will nach Hause. Ich bin prominent. Holen Sie mich hier raus. Da schminken Sie doch. Ich komme sehr gut ohne Ihre Hilfe zu Recht. Mark Mark?